Jetzt ist es Zeit für ein neues Kapitel. Meine neue Single kam gestern raus, die heißt Legenden und die spielen wir jetzt zum allerersten Mal live. Das ist Zeit für ein neues Kapitel. Das ist Zeit für ein neues Kapitel. Das ist Zeit für ein neues Kapitel. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020